Herzlich Willkommen bei S21BAU TV. Heute mal ein neuer Blick auf die Galeriestütze für R7. Material wird angeliefert und im Hintergrund die Schalung von K19. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das sieht doch schon mal gut aus. B1 hat die erste Schicht Bewährungsstahl drin. Zumindest im unteren Teil schon sehr dicht, im oberen noch ein bisschen mit mehr Abstand. Von dem Blick hier sieht die Form echt cool aus. Rechts im Bild der Südausgang. So, jetzt drängt sich jemand ins Bild. Dann gehen wir einfach mal weiter. Jetzt ist er schon wieder im Bild. Dreimal in einem Video. Dreimal in einem Video. Die erste Schildkröße. Ich weiß nicht, dass ich nicht so lange macht. Jetzt geht's. Wirklich. Dann müssen wir elf. Die nächste Schildkröße. Ziemlich. Jetzt muss man trener weiter. Juh-juh. Säger particles. Die Spitze. K6, Innenschalung kommt raus. Ja, ich musste mich entscheiden für die eine Richtung oder für die andere Richtung. K6, Innenschalung kommt raus. K6, Innenschalung kommt raus. K6, Innenschalung kommt raus. Blick durch den Südeingang in den Tiefbahnhof auf B1. Und entsprechend dem Eingangslichtprofil ist dann auch die Bewertung auf B1 zurückgesetzt. Und für die Person da hinten, da wünschen wir auch alles Gute. K6, Innenschalung kommt raus. R4 im Blick. Und da unten beginnt offensichtlich die Verfüllung, also die Vorbereitungen dazu. Dafür muss man erst mal runter. Nehme ich zumindest an, wenn da eine Leiter ist. K6, Innenschalung kommt raus. K6, Innenschalung kommt raus. K6, Innenschalung kommt raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss.